Mit der Snagit-Funktion PanoramaCapture ist es ganz einfach, lange Webseiten und Dokumente komplett aufzunehmen. Wählen Sie dazu im Capture-Fenster den Tab All-in-One aus und klicken Sie auf Aufnahme. Wählen Sie den Aufnahmebereich durch Klicken und Ziehen mit dem Fadenkreuz aus. Mit den Ziehpunkten können Sie Anpassungen vornehmen. Scrollbalken und unbewegliche Seitenbereiche sollten außerhalb des Aufnahmebereichs bleiben. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche zum Starten des PanoramaCaptures. Wenn der Aufnahmebereich richtig gewählt ist und Sie zum Scrollen bereit sind, klicken Sie auf Start. Scrollen Sie möglichst gleichmäßig, um das bestmögliche Ergebnis zu erhalten. Wenn Sie zu schnell und unregelmäßig scrollen, wird die Website womöglich nicht vollständig erfasst. Während des Scrollens wird eine Miniaturvorschau der fertigen Aufnahme angezeigt. Wenn Sie alles Nötige aufgenommen haben, klicken Sie auf Stop. Der gescrollte Bereich wird zu einem einzigen Bild zusammengefügt und an den Snagit-Editor übermittelt. Wenn Sie eine lange Webseite aufnehmen, wie hier, wirkt das Bild zunächst sehr klein. Am besten vergrößern Sie die Ansicht auf die Originalgröße und prüfen, ob alles richtig aufgenommen wurde. Übrigens, bei einem PanoramaCapture können Sie in jede gewünschte Richtung scrollen. Hier ist ein Beispiel dafür. Während ich waagerecht scrolle, fügt Snagit die Bilder zusammen. Die fertige Aufnahme wird als ein breites Bild zur Bearbeitung und Weitergabe an den Snagit-Editor übermittelt. Wenn Sie die Funktion PanoramaCapture oft nutzen, können Sie sie auch direkt starten. Klicken Sie dazu im Capture-Fenster auf den Tab Build. Wählen Sie im Dropdown-Menü Auswahl die Option Panorama. Das war's für diesmal. Sehen Sie sich auch unsere anderen Tutorials an. Danke fürs Zuschauen! Vielen Dank.